ja steigen wir mal ins video an so man die karte im handel erhält 1300 umdrehungen um genau zu sein mit nervigen heulenden unterton mit dem bios der normalen ästhetischen kann man die lüfter drehzahl absenken auf 1150 zirka damit ist sie sehr leise und fast nicht nur hörbar das sind übrigens 30 cm distanz zucker 1650 1800 900 2000 2200 2300 2400 2400 das sind 60 prozent lauter wird sie effektiv nie laufen da sie selbst so in dieser drehzahl alle spiele unter 70 grad und sie gestresst jetzt so 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 so